Das Hotel Santa Monica liegt in El Arenal, Sarenal in Mallorca. 47% der Gästen empfehlen das Hotel weiter. Vergeben wurden von den 65 Bewertenden durchschnittlich 3,3 von 6 Sonnen. Dies deutet darauf hin, dass es an einigen Stellen noch Verbesserungspotenzial bei dem Hotel gibt. Nun die Bewertungen im Detail. Lage und Umgebung. Viele Gäste schätzen die gute Lage des Hotels und vergeben 4,2 von 6 Sonnen. Zimmer. Akzeptable 3,5 von 6 Sonnen wurden für den Zustand der Zimmer vergeben. Service. Die Gäste halten den Service des Hotels für akzeptabel und vergeben 3,2 von 6 Sonnen. Hotel allgemein. Die Kategorie Hotel allgemein umfasst die Sauberkeit und Zustand des Hotels. Hier scheint das Hotel die Erwartungen der Gäste nicht gerecht zu werden und erhält nur 2,9 von 6 Sonnen. Sonnen. Sport und Unterhaltungsprogramme. Das ausbaufähige Unterhaltungs- und Sportprogramm des Hotels bewerten die Gäste mit 2,9 von 6 Sonnen. Gastronomie. Gastronomisch kann das Hotel nicht bei den Gästen punkten. Es erhält 2,8 von 6 Sonnen. Sprechen Sie am besten mit Ihrem Reiseveranstalter oder rufen Sie direkt beim Hotel an, um nähere Informationen über das Hotel zu bekommen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.